Ja, Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem informativen Informationsvideo zum Gewinnspiel hier, ne? Du machst es ja wieder umständlich. Ja, ich musste gerade Körbchengröße nicht unter C lesen, deswegen war ich voll irritiert. Das hat mich doch gestern irgendwo geschrieben. Ja, genau, deswegen, ja. Ah, okay, alles klar. Wir veranstalten ein Minecraft-Turnier in der Hunger Games-Map, die wir auch letztens gespielt haben. Und zwar suchen wir da 23 Spieler, die gegen Sven antreten werden. Und der Gewinner kann was gewinnen. Und zwar... Das ist voll scheiße, oder? Ne, ich finde es lustig. Äh, der Gewinner kann Terraria gewinnen. Genau, Terraria. Punkt. Punkt. Richtig. Wie könnt ihr teilnehmen? Ganz einfach, ihr schreibt ein sinnvolles Kommentar unter dieses Video. Äh, Einsendeschluss ist der 22.6. Äh, 22.6. Ist ein Freitag in zwei Wochen. Nein, Freitag in zwei Wochen. Ach nee, ist was anderes. Okay. Ja, genau, da ist Einsendeschluss. Und dann, äh... Ja. Ist das Turnier voraussichtlich am 30.6. Also dann kommt da nochmal so ein Auflösungsvideo. Und die Gewinner bekommen dann auch nochmal eine PN mit der IP etc. Und ja. Rüschlüs. 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 Das alles. Viel Glück. Und... Und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Osenia. Viel Glück und, äh, ja. Tschüss. Tschu- Tschüss.